Klagen aber auch noch ganz schön viele rum, wa? So, jetzt sind wir glaube ich hoffentlich wieder ein bisschen entspannter unterwegs, meine Güte. So. Der lebt auch noch, meine Güte. Und wir sind ja richtig überrannt gerade, wa? Jetzt haben wir noch mal gesehen, dass ich tot wurde. Der lebt aber nicht mehr. Keine Ahnung, warum ich das so sage, aber ich glaube, der war in diesen Netzen da. Erwickelt. Sie alle einmal angreifen. Ich habe es gerade noch gemerkt. Ich habe es gerade noch gesehen. Gut gemacht, Mädel. Naja. Die schwanken jetzt auch nicht mehr so oft wie bei Yakumo. Bei Yakumo sind sie halt permanent am schwanken, dass sie dann kaum irgendwie zum Stehen kommen. So. Aua. Ich... Ich hasse diese Dinger. Ich weiß ja nicht, mit Yakumo ist es schöner gewesen. Ich mag eher Yakumo dabei haben. Ich mag doch irgendwie mehr Yakumo dabei haben. Ich habe mich wieder erschreckt, weil sie angegriffen wurde. Ja, ja, du redest zu viel. Ich meine, ja, ich weiß, du bist voll in mich verknallt oder so, ne, aber... Oh, trotzdem. Missionsanweisungen. Hier können wir nochmal runterpaaren. Ja. Leider müssen wir eigentlich den ganzen Weg nochmal... Leider müssen wir den ganzen Weg, glaube ich, nochmal wieder zurücktickeln. Weil wir nämlich bei weitem noch nicht alles gefunden haben. Also bei weitem noch nicht. So ein Mist. Da, wo wir nämlich jetzt gerade... Wo kommst du denn her? Ja. 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 Mist. Jetzt fahrt ruhig rein. Und hier gab es nämlich... Mann. Ich hasse... Ich hasse diese Dinger jetzt schon wie die Pest. Weil wir können nämlich noch da vorne irgendwo lang. Sieht zumindest danach aus. Oder hier liegt einfach nur ein scheiß Gegenstand. Oh, hier liegt nur ein scheiß Gegenstand, ey. Oh. Mann. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Da liegt nur ein scheiß Gegenstand. Oh gut. Woher sollte ich das wissen, ne? Mit Rennen kommt man da doch recht gut durch. So, die Leiter haben wir nach unten getreten. Damit haben wir uns wieder eine Abkürzung geschaffen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wohin. Gehen wir jetzt nochmal auf die andere Seite. Weil da war garantiert auch noch so ein Bengel. Dann buffen wir uns. Und dann schlagen wir den einfach irgendwie zusammen. Und ich habe keine Ahnung. Wie oder warum. Wir haben auf jeden Fall wieder sehr viel Wolfram. Wir haben fast eine Million Blutpunkte. Was uns sehr, sehr viel... Sehr, sehr viel bringt. Sehr schön. Genau so wollte ich ihn treffen. Genau so wollte ich ihn treffen. Haha. Okay, der ist wohl... Tod. Dann kann ich da hoch. Oder da runter. Nach von da vielleicht. Keine Ahnung. Erledigt. Okay, der hätte glaube ich schon auf uns reagiert, oder? Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Oder da runter? Oder da wie auch immer? Da geht es vielleicht zum Dokument. Wenn wir jetzt nicht abbiegen würden. Wenn wir jetzt schon alle Dokumente dabei sind, dann... Tschüss. Dammit. Hate you. Ey, nicht dahinter ver... Oh, du blöde Socke. Kannst du dich dahinter versteckt? Sei da wieder hoch. Bist du unten? Hallo? Zack. Da ist er unten. So, auf ein neues. Dann nochmal wieder hoch und dann runter. Hä? Hier unten war ich noch nicht. Wo bin ich gekommen? Das war so? Bin ich hier lang? Ja, stimmt. Oder? Ja? Keine Ahnung. Wir gehen hier lang. Hier oben können wir wenigstens ein bisschen rumlatschen. Schau dir das. Ja, klar. Au! Für voll... Ich hasse es. Für Vollfram tun wir das natürlich. Also wirklich. Wir müssen unsere Waffen aufbessern und unsere Rüstungen. Geht zwar nur bis zum Plus 10 und wir müssen bald bei Plus 10 angekommen sein, aber trotzdem. Es geht ja darum, dass wir die beste Waffe haben. Tarnfarbe. Ja, gut. Hat sich gelohnt. Ich sag ja schon nicht mehr, dass Tarnfarbe furchtbar ist. So, jetzt geh ich aber erstmal hier unten gucken. Das sieht nämlich ein bisschen sackkassig aus. Das lohnt sich immer, diese Technik. Ist echt gut. Königin Entita. Gut, dass wir erst hier nach unten gegangen sind. Wirklich. Ich meine, wir werden sowieso irgendwann von oben runter gefallen, aber da wären wir vielleicht überrannt worden. Jetzt konnten wir uns ein bisschen selbst da alles in die Hand nehmen. Ja, ich, äh... Hm, ne? Die alte Quatsch, da war auch mal mehr kritisch, dass man eine Frau dabei hat. Auf einmal bla 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 hier, bla 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 da. Frauen, wirst du? Ich komme runter. Genau deswegen haben wir erst hier unten geheimacht. Damit wir immer wieder voller Vorfreude hochlaufen können. Immer wieder nach rechts drehen, obwohl wir eigentlich nach links müssen. Und immer wieder falsch sein. Und mehr Punkte hier machen. Auch ganz wichtig. Kommt da. Wirklich. Mann. Wer hat sich das denn überlegt, dass wir da oben... Oh, wir müssen oben unbedingt kämpfen. Nein. Das ist nervig. Oh, das Blöde ist, ich muss nochmal wieder runterfallen. Wenn sie mir sagt, don't fall off. Man muss halt immer gegen an, ne? Man muss immer gegen an und auf ein neues. Oh Gott. Das ist ja ein Spaß. Ja, 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 ja. Kann ich nicht sagen, ob wir hier wirklich 100% finden. Oh Gott. Das kann ich euch gar nicht so genau versprechen. So, jetzt aber. Jetzt könnte es sein, dass es jetzt endlich so weit ist, dass wir weiterlaufen dürfen. Wir nehmen Sasa, nicht The One. Das habe ich dir doch nicht. Komm, ihr habt euch schon bewegt. Haben wir das schon gesehen. Wir rollen hier wieder herum. Wir rollen hier wieder herum. So. Meine Güte. Nervig. Altertümliches Material. Toll. Ich hätte gerne echt mal eine Mistel oder irgendwie sowas, dass ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil es gibt mir hier eindeutig zu viele Wege. Es ist sehr verwegen hier. Ich habe sehr scharfe Säte. Ich gehe jetzt nochmal ganz zurück. Und wir suchen erstmal Sasa Way. Ich gehe jetzt mal. Eos Überrest. Okay. Okay. Das hat uns aber jegliche Heilung wiedergegeben. Das ist sehr schön. Wir haben einen Überrest bekommen. Ich weiß nicht, was ich weiß, dass ich nicht so gut gelöst habe. Wo wir auch immer jetzt sind. Und ich will stand auf deiner Seite, bis es alles ist. Oh, du quatschst mich die ganze Zeit. Oh, Alter. Die ganze Zeit. Leider habe ich mit ihrer Reaktion anders gerechnet. Wir können sicherlich das benutzen. Was ist das? Ich glaube, es wird nicht öffnen. Ah, warum? Oh, ein Hündi, Windi. Ich habe ja das Gefühl, dass wir jetzt aber auf dem richtigen Weg sind. Was mich ein bisschen aufregt. Weißt du doch nicht. Hast du den Elevator gefragt, ob er das überhaupt macht? So, das letzte Dokument. Das letzte Dokument. Bevor wir eigentlich... Müssen wir erstmal nochmal wieder... Hunderttausende von Wege gehen. Die hier immer irgendwo hinter irgendwelchen Kisten versteckt sind. Aber wir wissen, dass der Elevator uns zum Weg macht. Waren wir hier schon mal? Oh, guck mal. Ja, das Überrest. Nice. Schön. Das Problem ist nur... Waren wir hier schon mal? Laut Punkten nicht. Was war eine Leiter zum Runterperren? Also eigentlich... Wenn wir jetzt hier, kommen wir zu irgendeiner Tür. Ich bin komplett ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Oh, guck mal eine Mistel. Ist der am Anfang? Ist mir ernsthaft, sind wir wieder am... Sind wir wieder am Anfang? Ich habe keinen Plan. Das fühlt mich komplett... Ach, hier sind wir. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ah doch. Bin ein harter Hund. Das ist irgendwie nur zum Trollen. Oder wenn man von da oben runterfällt oder so. Kann ich hier irgendwo runter? Äh... Es sah irgendwie nicht so vertrauenswürdig aus. Man hat zwar da unten Steine gesehen, aber die Steine sahen nicht so aus. Sonst, ob die... Ja, weißt du? Ich kann ja nicht sagen, ob wir hier irgendwo schon mal waren. Weil ich selber überhaupt nicht weiß, wo wir jetzt schon... Waren. Oder nicht. Ich geh jetzt... Vielleicht... Bring uns... Der Fahrstuhl nach oben. Ich weiß, was du kannst. Ich habe dich erwartet. Das lassen wir erst mal noch. Ich will jetzt eigentlich keine Überreste gucken. Eigentlich versuche ich gerade ganz verzweifelt... Daraus zu finden, wo wir überhaupt sind. Der ist aber groß. Warum ist denn der so groß? Hallo? 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 Ich halte Abstand. Ich weiß nicht, was du machst, Mädel. Au. Ich sollte Abstand halten. Komm schon. Ich bin da. Ich bin da. Der war böse. Aber wir haben Regenerierungs-Aktivator-Faktor-Faktor-Faktor bekommen. Der war aber böse. Huh. I.O. wurde übrigens bezwungen. Hey, das ist noch eine Mistel. Nicht, dass ich hier runden... Okay. Das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Das wäre jetzt einfach... Ah. Ah. Jetzt weiß ich sogar, wo wir sind. Wenn wir jetzt nämlich hier runterfallen... Müssen wir ganz schnell wegrollen. Ah. Jetzt weiß ich sogar echt, wo wir sind. Cool. Wenn ich auch nicht weiß, wo wir überall sind. Da haben wir noch mal eine Tür. Da haben wir noch mal eine Tür. Und dann kommen wir hier zu der Mistel. Gut. Dann haben wir das wenigstens erledigt. So. Dann stelle ich mich nämlich jetzt hier hin. Und wir müssen nämlich... Die Folgen werden jetzt, glaube ich, denke ich mal keine halbe Stunde gehen. Sondern ich mache jetzt hier Aufnahmepause. Nachdem ich mein Kram erledigt habe. 80 Prozent. Ah. Da fehlt ein... Irgendwo fehlt uns noch ein Weg. Irgendwo fehlt uns ein Weg und eine Mistel. Ich denke mal, dass der Fahrstuhl uns Richtung Tschüss bringt. Und wenn wir den Eos... Haben wir alle Erinnerungen und so? Haben wir sie gefunden? Leider muss ich jetzt erstmal die Aufnahmepause machen. Weil, wie gesagt, Eltern sind ja da und so, ne? Deswegen kann ich nicht so lang. Mann. Da sind wir müde. Aber wir sind jetzt ja auch... Ich denke mal, die werden jetzt 25 Minuten vielleicht gehen. Wir werden jetzt erstmal Wolframen alles verwenden. Und dann werden wir nochmal levelen mit unseren 140... 1,4 Millionen. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Bisschen zu tun. Ne, nicht einmal rum. Aufwerten. Mehr geht nicht. Nein. Aufwerten. Mehr geht nicht. Können wir jetzt ja noch aus Jux und Dollerei. So, der macht 1227 und der macht 1300. Ja, ganz ein bisschen weniger, aber... Ne. Ich hab's einfach mal gemacht. Hm, quatsch mich nicht voll. Ich muss hier, äh, noch leveln. Ich muss meine ganzen EXP... Warte, wir machen... Wir können... Bevor wir das machen... Können wir nochmal all unseren... All unseren... Ich hab übrigens letztens noch ein Geschenk bekommen. Äh, können wir noch all diesen Kram hier... Mal loswerden. Und in der Hoffnung, dass wir da vielleicht... noch ein bisschen was zusammengeschustert bekommen. Und dann gucken wir mal, wie viele Level wir jetzt überhaupt abkommen mit dem ganzen Kram, was wir jetzt gerade... Von 122... Auf 135. Hahaha. 13 Level erstmal. Okay, 13 Level ist wirklich hart. Also wir kriegen fast 100 LP dazu. Das ist wirklich hart. Schön. Hat sich dann aber definitiv gelohnt. Ich glaube, wir machen wirklich das nächste Mal die Tiefen. Ich hab... Wir haben jetzt schon drei Karten mit den Tiefen gefunden, ne? Ich will da irgendwie auseinandergerissen werden. Irgendwie hab ich Bock drauf. Weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie eigenartig. Na gut. Aber wie gesagt, jetzt machen wir ein bisschen früher Schluss. Heute... Oder beziehungsweise die Folgen gehen vielleicht 20, 25 Minuten. Ich weiß es nicht. Statt einer halben Stunde. Tut mir leid dafür. Mehr oder weniger. Was sind denn da für uninteressante Bilder? Rette Silber. Nee. Habe ich gar keinen Bock drauf. Rette du doch Silber. Ich will lieber Gold. Okay. Der war sehr gut. Ja. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann... Ich denke mal zu Silber stoßen. Und dann... Oder vielleicht auch die Tiefen machen. Weil ich hab irgendwie Bock auch auf die Tiefen. Aber ich will jetzt auch irgendwie da jetzt weitermachen. Und ja. Ich... Wir... Wir werden sehen. Wir werden sehen, wo wir hinkommen. Wir werden sehen, wo wir landen. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und ciao. Tschüss.